Nein, ich komme nicht rein. Doch. Okay. Und wer ist jetzt Chrissy? Luchsi? Wo ist denn jetzt Luchsi? Wer ist denn das? Zehn sind drin. Okay, was haben wir hier? Impostor 1, Emergency Meetings 4, Emergency Cooldowns 15, Discussion Time 30. Das ist kurz. Sehr kurz. Also gut. Ja, jeder mag so eine Aufgabe. Schaut mal, hier ist Schnee. Bald wird es auch bei uns schneiden. Ja, Schnee. Oh, so wenig? Okay. Wo bin ich denn? Mrs. Pommes. Ach, Mr. Pommes. Heute ist der Ehemann da. Mr. Pommes ist von uns gegangen. Er macht gerade Pommes. Oh, ich möchte mal wieder so richtig frische Pommes. Gute Blume ist da. Hallo, gute Blume. Bist du Luchsi? So, gehen wir hier runter. Ja, gelb zu gelb. Magenta. Blau zu blau und rot. Okay. Bin gekickt worden? Von wem denn? Oder war Nora? Gab es nicht mal ein Lied von Andersson? Von Anders? Wie ist der mit Vornamen? Der mit Dieter Bohlen? Mit seiner Nora? Aber sicher. Ist er mit der noch zusammen? Ich glaube nicht, ne? Irgendwo ist hier noch ein Quest. Wo ist das? Ja, ich habe ihn gefunden. Download. Das ist Connect. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Und? Oha. Discussen Time. Oh. Ne, warte mal. Einer ist raus, ne? Ja. Ne. Ich habe gedacht. Hä? War da nicht Mr. Pommes gestanden? Okay, gehen wir. 60 ist tot. Und gute Blume ist tot. Die gute Blume ist von uns gegangen. Ipims Luchsi. Ah, Mr. Pommes. Ja, aber der Mr. Pommes ist ja gar nicht mehr da. Doch, da oben. Hat er sich versteckt. Alles klar. Hi, hi. Wo? Hi. Wo? Was geht? Philipp ist Imposter, glaube ich. Wer ist denn Philipp? Ah, Philipp 5D. Und warum ist es? Begründe ist ein bisschen. Warum? Oh, groß geschrieben. Ist es Philipp? Er ist zu kurz, ne? Das ist viel zu kurz. Das muss man alles einstellen. Einfach nur auf Verdacht? Oh, ja, 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 ja. Auf Verdacht ist immer doof. Hundi. Nora hat einen Hund. So, ich mach mal eine Quest, Zweiter. Bitte macht eure Quests. Das ist gut angelaufen. Hallo, Paluten-Fan. Ich muss gleich mal schauen, was Paluten neu rausgebracht hat. Das ist ein komischer Quest. Ja, hier. Ach, da kann ich wieder nicht rein. Hallo, Nora mit Hund. Okay, not a node. Okay. Hallo, Nora. Äh, der Hund ist so süß. Aber 4, 4 Dollar, ne, 4 Dollar. Hat Chrissy sich gescannt? Ja, Chrissy ist gut. Gott zu uns. Kein Massenabschlachter. Chrissy ist gut. Guck mal, mein kleiner Hundi. Ich hab leider den Quest nicht. Also, wir können schon mal sagen, Chrissy ist es nicht. Und wer war das jetzt? War auch Chrissy. Ich hab immer schwierig hier mit den, ähm, wer ist es nicht? Pommes ist hier. Und wer war es jetzt noch? Nora. Oh, ich hab hier ja gar kein Quest. Okay. Was ist denn ein Specyman? Also, mal gucken, was das ist. Die Contamination. Johnny wurde brutal ausgesperrt. Okay. Hier hab ich, glaub ich, irgendwo noch. Na ja, so rum, na. Ach so, hier kommen wir auch raus. So langsam krieg ich die Map richtig mit. Ist ja unglaublich. Und bin jetzt wirklich nicht der schnellste in. Hier gucken wir. Ich nehme. So süß. Schon wieder den hier? Download. Nora ist bei mir. Mrs. Pommes ist bei mir. Nora und Mrs. Pommes. Oh, der Imposter lässt sich aber Zeit. Habe ich noch ein Quest? Tatsächlich. Komme ich denn hier raus? Da haben wir ein paar Luten-Fan. Der kam von oben. Jetzt haben wir's gleich geschafft. Macht alle eure Quests, bitte. Roblox. Spaß und Fans. Wie? Luchse ist nicht da. Es ist off. Warum Nordamerika? Was ist dein Lieblingsbett? Der kleine Walde ist mein Liebling. Schau mal. Er hat sich versteckt in der Nora. So süß. Schaut mal. Da sieht man noch wedeln. Und häkeln. Der so süß. Jetzt ist er nicht mehr da.